Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Destiny 2, wieder von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den lieben Xur, der dieses Wochenende auf Nessus steht, hier oben beim Wächtergrab, wo er immer steht, wenn er auf Nessus unterwegs ist, Entschuldigung, hier eben oben bei Nessus Wächtergrab steht der gute Herr. Wir dauern mal ganz kurz den Weg entlang, dann zeige ich, was er dabei hat und dann gebe ich natürlich noch meine Expertise ab zu der Waffe und auch zu den Rüstungen, die er mit sich führt. Nun, hier hoch auf dem Baum und oben steht der gute Herr und dabei hat er folgende Gegenstände. Wir haben ein exotisches Engram, das machen wir am Ende dann auf, dann hartes Licht ist ein Automatikgewährt, das extrem interessant ist für PvE. Im PvP wird es teilweise auch noch gespielt, beziehungsweise wurde eine Zeit lang gespielt, wurde dann runtergenervt. Im PvP ist das Ding nicht schlecht, momentan würde ich es aber eher als PvE-Waffe priorisieren, denn, wie man hier sieht, habt ihr die Möglichkeit, den Schadenstyp zu wechseln. Ihr könnt also mit Solar, Arcus oder auch Leere ballern, das ist natürlich nützlich, wenn in der Dämmerung zum Beispiel einen bestimmten Schadenstyp vorgegeben ist oder ihr Schilde nur mit einem bestimmten Schadenstyp sehr effizient kaputt machen könnt, macht die Waffe natürlich Sinn. Da führt ihr dann einfach alle drei Typen mit, Solar, Arcus und Leere und habt dadurch natürlich einen klaren Vorteil im PvE. Die Waffe an sich ist nicht schlecht, die Schüsse prallen auch noch ordentlich ab an den Wänden und machen dementsprechend mehr Schaden, wie das auch hier beschrieben wird. Wenn ihr die Waffe noch nicht habt, holt sie mal für PvE, ihr könnt da eben die Schadenstypen durchwechseln und ihr werdet merken, dass einige Aktivitäten, wo bestimmte Schadenstypen vorgegeben sind, doch wesentlich einfacher sind oder einfacher werden. Dann, Hamkaras Rückgrat für die Jäger mit dem 64er Wert ist okay. Hier ist es so, dass ihr eine Lichtsensormine, also ein Lichtsensorminchen Plüsschen kriegt, sage ich mal, ein bisschen mehr Lichtsensormine, denn Lichtsensormine, Granaten halten länger an und der Explosionsradius ist größer. Ein bisschen mehr Fähigkeitsschaden gibt Lichtsensormine, Granaten Energie zurück. Es ist nämlich so, dass wenn ihr die Lichtsensormine dann an der Wand klatscht, dann braucht es viel länger, um sie kaputt zu schießen, als Feind, wenn man das natürlich möchte. Und sie hält extrem viel länger. Jetzt ist es, ich sage es mal so, im PvP wird es hier und da mal gebraucht, weil die Lichtsensormine doch einen besseren Radius hat und die Feinde kriegen doch ordentlich viel Schaden. Im PvE, ja, man kann was machen mit der Kombination, dass Fähigkeitsschaden hier Lichtsensormine Energie zurückgibt. Da haben wir die Möglichkeit, ein bisschen zu experimentieren. Es ist in der Gesamtsumme nicht schlecht, aber ich finde es momentan ist es keine Must-Have-Exo. Dann haben wir Wappen von Alpha Lupi für die Titans mit einem 62-Wert, was leider sehr, sehr tief ist. Wir haben die Fähigkeit drauf. Erzeugt eine zusätzliche Sphäre der Macht durch Super und einen Heilungsimpuls bei aktivierter Barrikade. Es ist so, dass wenn wir zum Beispiel mit der Super Feinde töten, produzieren wir für unsere Verbündete ein bisschen mehr Sphären. Und wenn wir eine Barrikade stellen, dann kriegen wir einen Heilungsimpuls. Das heißt, wir fangen sofort an, Lebenspunkte zu regenerieren. Ist im PvP, ich sage es mal so, es ist durchaus interessant, wenn man weak ist und danach einfach kurz eine Barriere stellt. Und dann nachher hat man sofort die Lebenspunkte wieder. Ein bisschen mehr Sphären für die Teamkameraden, macht auch Sinn. Gerade im PvE, ich sage es mal so, wenn man nicht weiß, welche Exo man anziehen soll. Wappen von Alpha Lupi ist für einen Titan nie verkehrt. Kann man überall immer brauchen. Das heißt, holt sie euch ruhig. Ein bisschen wenig vom Wert her. Natürlich 62 sehr tief. Aber es ist eine Allrounder. Man kann sie eigentlich immer benutzen. Aber auch nicht unbedingt ein Must-Have. Sondern einfach ein... Man kann sie immer benutzen. Ich sage es mal so. Dann für die Warlocks. Auge einer anderen Welt. Hier ist es so, dass wir mit einem 61er Wert noch viel tiefer sind. Ich weiß nicht, was mit Xur dieses Wochenende los ist, aber die Werte sind wahnsinnig furchtbar tief. Nun, markiere Prioritätsziele und verbessert das Regenerationstempo deiner Granate Nahkampf- und Riftfähigkeit. Die Exo ist für den Warlock, ich sage es mal so, wie beim Titan, ein Allrounder. Das Ding kann man eigentlich immer anziehen, wenn man nicht weiß, welche Exo, wie soll ich mitnehmen. Nehmt man einfach die mit. Die Fähigkeit ist universell einsetzbar für, wenn man Leere spielt, wenn man Solar spielt, wenn man Auge spielt. Spielt gar keine Rolle. Kann man immer benutzen. Ich habe sie gerne an, wenn ich sage, puh, was will ich jetzt, was will ich im Fokus legen. Och, keine Ahnung, komm, einfach die hier drauf. Gut ist, da machen wir nie was falsch. Ist wie vom Titan mit der Brust. Gut, ist auch kein Must-Have. Ein bisschen mehr, ich sage mal so, man kann sie doch sehr effizient benutzen. Holt sie euch, probiert sie aus. Ihr werdet feststellen, dass hier die Regeneration doch ein bisschen verbessert ist. Im Großen und Ganzen schlecht. Gut, Surat von den Werten her, leider ein bisschen tiefer Wert dabei. Aber die Exos, die er dabei hat, sind nicht schlecht. Besonders für den Titan und den Warlock. Ich würde es einfach mal holen, dann hat man es mal. Gut, dann haben wir hier den Helm gekriegt. 64er Wert. Ja, geht jetzt noch so. Ist okay. Gut, das war es im Grunde genommen auch schon mit dem lieben Surat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr euch Schönes gegönnt habt. Was ihr Schönes aus dem Exo-Engram rausgekriegt habt. Lasst ein Like da. Ihr wisst, wie es funktioniert mit dem YouTube-Algorithmus. Am Ende bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Livestream auf Twitch und im nächsten Video auf YouTube. Bis dann.